Leute, was geht ab? 400.000, das muss gefeiert werden, Freunde. Deswegen bin ich gerade auf dem Weg zu Netto und Getränkemarkt. Gott sei Dank ist das nur zwei Minuten von unserem Haus entfernt und wir sehen uns gleich wieder, Leute. Peace out. So, Leute. Ich war jetzt doch eben beim Netto, Leute. Hab jetzt gerade ein paar Sachen geholt. Was das wird, Leute, werdet ihr gleich zu Hause sehen und wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, jetzt kannst du richtig beginnen. Ich hab mir Red Bull gegönnt. Dann noch ein Red Bull gegönnt, Leute. Dann hab ich mir noch die geilsten Chips hier gegönnt, Leute. Und, oh, mein Gott, Leute. Nutella. Be ready, Freunde. 400.000 Abonnenten, Leute. Vielen, vielen Dank. Ja, Freunde, jetzt mal Spaß beiseite. 400.000 ist echt schon verdammt krass, Leute. Damit hätte ich niemals gerechnet und jetzt sind wir einfach mal schon 400.000, ey. Und, Leute, ich bin zurzeit sehr viel am planen, am rumbasteln, sag ich mal, und, und, und. Denn, Leute, demnächst, also, was heißt demnächst, in circa einem Monat ungefähr oder vielleicht ein paar Wochen, ich weiß das nicht, Leute, kommt meine eigene richtige, richtig, richtige Kollektion raus, Leute, meine eigenen richtigen Klamotten. Abgesehen vom Merch, Leute, so richtig einfach meine verdammte eigene Kollektion, Leute, meine eigenen Sachen, ähm, was da auf euch zukommt, Leute, lasst euch überraschen, was in Zukunft noch alles kommen wird, ähm, seid gespannt, Freunde, und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen beim neuen Video wieder, macht's gut und haut rein! Tschüss!